Mein Name ist Marcel Uhl, ich bin 37 Jahre alt und ich arbeite mit den Flüchtlingen hier und treffe mich einmal die Woche mit dem, um handwerkliche Fähigkeiten zu schulen, zu gucken, was die wollen und eben um eine Gemeinschaft zu bilden. Viele von denen haben noch nie in ihrem Leben gebohrt, noch nie geschraubt. Da sage ich, ja, wir können alles bauen, ihr müsst euch nur was überlegen, was ihr auch wirklich braucht. Und das ist eben genau das, was ich mit denen auch erreichen will. Nicht nur die Wertschätzung dem Ding gegenüber, sondern auch die Vorstellungskraft, dass man die Sachen einfach machen kann. Als ich dann sagte, ja, wenn man ein Tor braucht, dann brauchen wir ein Tor. Also, das geht? Ich sage, ja, selbstverständlich geht das. Boah, cool. Und dann kommt die Fantasie langsam in Gang. Dann kriegt man plötzlich ein Gefühl davor, ah, da steckt auch noch viel mehr in den Jungs drin. Was die aber nicht sagen, weil die sich das Projekt eigentlich nicht zutrauen. Aber wenn du so zwei, drei kleinere Projekte wahrgemacht hast, dann sind die natürlich auch eher bereit, so zu spinnen im positiven Sinn. Jeder hat irgendein Interessensgebiet. Und manchmal muss das freigeschüttet werden. Sagen, pass mal auf, Junge. Ich garantiere dir, du kannst alles lernen. Und wenn du dich dafür interessierst und vorher entscheidest, wofür du dich interessierst, dann sollst du mal sehen, wie schnell du lernst. Krass! Mit Begeisterung kannst du alles schaffen.